Ich grüße dich. Du kennst bestimmt von meinem anderen Video, des Kibedar-Bad nach Dr. Salmatow. In meinem Buch ist das auch beschrieben, wie großartig ist das. Der Arzt war sowieso großartig. Die hat so viel Gutes hinterlassen. Die hat zum Beispiel einen Arzt, der wirklich ein komplexes System aufgebaut hat. Da, wo kapillarendes System kann, kann man komplett regenerieren durch seine Salmatow-Bad. Wir haben hier auch Creme nach Dr. Salmatow. Was ist da gut? Das sind zum Beispiel gut für die Menschen, die keine Badewanne haben oder die Probleme mit bestimmten Gelände haben. Einfach an die Stelle eintragen, gut massieren und wirken lassen. Ein, zweimal am Tag ist es schon ausreichend. Dr. Salmatow, seine Produkte, ob das ist Creme oder Badeflüssigkeit, basieren sich auf dem Terpentin, auf dem Zedernharz. Und Terpenne haben besondere Wirkungen auf unser kapillaren System. Die regenerieren, die reinigen, die entgiften die Bindegewebe. Die sorgen dafür, dass die Bindegewebe sich vom Taksin, aber auch vom Pilz befreit. Auf jeden Fall unglaubliche Wirkungen von dieser Salmatow-Bäder und natürlich so eine, wir sagen das, Trockenbart oder Creme-Balsam für Körper. Ja, einfach vielleicht ausprobieren, dann weißt du, wie es bei dir wirkt. Ciao.